Die portugiesische Küste zieht sich 832 Kilometer am Atlantischen Ozean entlang. Sie ist geprägt von schönen Klippen und Stränden. Zu erreichen sind diese mit dem Boot oder über Trails, welche mein Ziel sind. Ich bin gerade in Lissabon gelandet und ich werde jetzt von hier aus in Richtung Süden an der Küste entlanglaufen. Wie weit, das weiß ich selber noch nicht. Das absolut allerletzte Ziel, das wäre Faro, mal schauen wie weit ich komme. Und ich nehme die Kamera dabei mit und das ganze was ich dann filme, kommt in dieses Video. Und los geht's! Und hier haben wir Setuwal, Küstenstadt und da nehme ich jetzt gleich die nächste Fähre. Dann geht es einmal rüber auf die andere Seite. So, ich laufe jetzt gerade zum Strand hin und der Weg dahin ist definitiv wie ein großes Wohnzimmer für Fliegen. Dann sind überall Fliegen und ich habe keine Ahnung wo die alle herkommen. Das sind unglaublich viel da. Fütter Tag. An diesem Tag gab es keinen gescheiten Weg. Und ich verirrte mich sogar auf ein Gefängnisgelände. An diesem Tag gab es eigentlich nur ein Ziel. Beide werden Kilometer gemacht. Auch bekam ich starke Schmerzen im rechten Fuß. Ein Arzt teilte mir nach dem Trip mit, dass ich ein ziemlich hohes Fußgewirr habe. Alles klar. So Tag 7 geht jetzt los. Jetzt sind wir noch mal hier hin, wo ich wieder gekommen bin. Hier geht es jetzt einmal über eine Brücke und dann geht es dort drüben gleich weiter. So jetzt muss ich hier doch einmal kurz... Hier kann man sogar bis aufs Dach hoch. Jawoll, warum nicht hält das hier? Oha! Alter! Geil! Sehr, sehr nice hier. Also, cooler Spot hier auf jeden Fall. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. So, heute bin ich wieder 40 Kilometer ungefähr gelaufen. Auf jeden Fall eine lange Tour, aber auch eine sehr schöne Tour. Viel Küstenlandschaft hier, viele schöne Strände. Lohnt sich auf jeden Fall hier einfach mal den Weg zu verlassen. Hier geht's. 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 Ein paar Stunden habe ich noch, bis es dunkel ist. Ganz wahrscheinlich eineinhalb. Wenn man Übernachtungszeug dabei hat, dann ist es hier eigentlich ein, ja, ziemlich neiger Spot. Absolut geil! So, ich bin jetzt beim Flughafen und an der Stelle endet meine Reise hier. Ich habe es geschafft, von Lissabon bis Navarro komplett an der Küste entlang zu laufen. Das sind ungefähr 450 Kilometer, das muss ich auch noch mal nachschauen, wie es genau waren. Ähm, genau, krasse Sache. Hey, das war mein Video aus Portugal und jetzt kommt noch die Bewerbung für die zweite Staffel von Seven vs. Wild und zwar von mir. Ja, ganz kurz zu mir. Ich bin aktuell Sozialarbeiter und arbeite als Rafting Guide. Ähm, meine Hobbys sind Kajak fahren und Trail laufen und da gehe ich besonders gerne an meine Grenzen. Erst wenn man an seine Grenzen geht, macht es ja so richtig Spaß, oder? Und der Survival-Bereich wäre für mich eine neue Grenze und die will ich kennenlernen. Ich habe ja auch noch so ein altes Buch über Lebenstechniken. Mega verstaubt. Ähm, wird mir wieder Zeit reinzugucken. Und das würde ich machen, wenn ich dabei wäre. Da würde ich mich wieder einlesen und hätte wieder richtig Bock. Joa. Das kurz zu mir. Und wer jetzt noch Bock hat auf das Video von eben, aber in 7x8 Minuten, der kann unten den Link in der Beschreibung anklicken. Danke fürs Anschauen und Ciao.